Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video besuchen wir den kleinen niederländischen Familienpark de Warbeck. Dieser im Wald versteckte historische Park beherbergt einige fast vergessene Karussellklassiker. Auch für Achterbahnliebhaber gibt es einen ganz besonderen Grund, de Warbeck einen Besuch abzustatten. Hier nun ein paar Eindrücke aus dem Park im Jahr 2020. Ach übrigens, Essen und Trinken sind im günstigen Eintrittspreis bereits inbegriffen. Also schlagt euch die Bäuche voll. Nostalgischer Familienspaß, das bietet euch dieser kleinen niederländische Familienpark. Das ist kein Maxo. Aber hier nicht. Auf Wiedersehen. Das war's für heute. Ich bin hier! Für Achterbahndiebhaber, Fan oder Historiker gibt es hier eine ganz besondere Anlage. Rodelbahn, die Achterbahn des Parks, wurde bereits in den 30er Jahren hier erbaut und ist die älteste noch im Betrieb befindliche Stahlachterbahn der Welt. Musik Auf geht's! Ich hoffe, ich habe mein Video aus dem Video gefallen. Ich würde mich über ein Abo und die Aktivierung der Glocke sehr freuen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis bald hier auf meinem Kanal. Zum Schluss noch ein On-Ride von der historischen Rodelbahn. Ja, hier unten, ne? Aber das Gute ist mir das Schalt auch nach oben. Oh, oh. Ja, das wäre gut, ne? Der muss nun was ziehen mit uns. Oh, 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 oh. Da fliegt das Ding zusammen. Ne, doch nicht. Oh je. Guck mal, da ist er jetzt runter. Da ist ein Motor dran, da braucht er ja gar nicht. Ne, aber er bremst ein bisschen ab. Da fährt er ganz weich. Ist ja gar nicht so hoffentlich. Ne, einmal müssen wir da runter hier. Oh, hier geht's auch mal bei dir. Oh!